In dem zauberhaften Viertel zwischen Lech und Altstadt begegnen sich Singles, Familien, Studenten und Senioren, erleben Verbundenheit im Alltag, genießen gemeinsam die einzigartige Stimmung von Altem und Neuem. Ruhe und Aktivität finden hier zueinander und bieten einen fantastischen Lebensraum für alle Generationen. Spuren der Vergangenheit weisen den Weg in die Zukunft. Mitten in Augsburg entstanden nach neuesten technischen und ökologischen Gesichtspunkten in 19 historischen Gebäuden mehr als 170 Wohnungen für Eigennutzer und Kapitalanleger. Das denkmalgeschützte Gebäudeensemble umfasst eine großzügige Parkanlage am Proviantbach. Hier befinden sich auch das Gästehaus und ein Spielhaus für Kinder. Das Proviantbachquartier, ein Kleinod der Industrie und Baugeschichte. Im Osten Augsburgs wuchs ab 1830 die Textilindustrie zu europäischem Rang und verlieh einem ganzen Stadtviertel seinen Namen. Im Folge des Niedergangs der Augsburger Textilindustrie verblühte das rege Leben dort und das Quartier wurde 1986 unter Denkmalschutz gestellt. Ein bundesweit führender Bauträger im Bereich der Sanierung von Denkmälern, die P&P GmbH Augsburg, eines von mehreren regional organisierten Tochterunternehmen der P&P AG, plante und realisierte die Umgestaltung der bemerkenswerten Bausubstanz unter denkmalpflegerischen, neuesten technischen und ökologischen Gesichtspunkten. In drei Bauabschnitten erfolgte die konsequente Kernsanierung der historischen Gebäude. Dazu wurden Mauern, Decken und Wände überprüft und zeitgemäß instand gesetzt. Sämtliche Einbauten, wie zum Beispiel Fenster, Leitungen, Böden und Heizungen wurden erneuert. Sofort ins Auge fällt die harmonische Verbindung von alter Substanz und neuesten Wohnansprüchen. Im Proviantbachquartier werden alle Wohnformen geboten. Vom Einzimmer-Apartment bis hin zur geräumigen Fünfzimmer-Maisonette-Wohnung. Auch wurden spezielle Wohnungen für junge Singlehaushalte, Familien und für die ältere Generation geplant. Die sehr hochwertige Ausstattung bietet Komfort und Lebensqualität. Bei der Sanierung des Proviantbachquartiers wurde besonderer Wert auf eine nachhaltige Entwicklung gelegt. Das ist das neue Proviantbachquartier in Augsburg. Ein liebevoller Blick zurück, ein konsequenter Schritt nach vorn. Ich spüre das eigene Ausstattung.